Herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Chris von Sims Arrow und schön, dass ihr dabei seid und ich habe hier Pew gemacht, weil wir sind bei Part 5 der Disney Legacy Challenge. Es geht weiter mit der lieben Snow. Es tut mir leid, dass das Video einen Tag später kommt, aber ich hatte die Woche so viel zu tun auf Arbeit, dass ich es leider nicht geschafft habe, sowohl danach als auch davor und wie auch immer dieses Video aufzunehmen, denn ich bin auch noch Mensch und ich bin keine Maschine. Aber, Leute, ich habe schon eben gerade Sims 4 gestartet, mein Spielstand und ihr glaubt nicht, was passiert ist oder was da ist, aber ich sage es euch gleich selber, ich halte jetzt die Gutsch viel Spaß mit dem Video. So, hier sind wir auch schon wieder bei unserer lieben Snow. Im letzten Part war es ja so, dass wir statt unserem Prinzen einen Prinzen auf 4 Pfoten kennengelernt haben und, Leute, ich kann es nicht an mich halten. Also, Pongo ist ja hier eingezogen, da ist unser lieber Pongo und schaut es euch bitte an, wer vor der Tür steht. Es sind, einmal ihn habe ich erstellt und ihn haben wir jetzt zusammen im Livestream erstellt. Es sind zwei der Prinzen, die ich in diese Welt platziert habe und sie wird sie jetzt begrüßen, bevor sie weggeht. Nein, nein! Freundlich vorstellen, es sind zwei Halbbrüder, der eine heißt Gideon, jetzt ist er weg. Nein, er ist weg, jetzt ist nur der eine noch da und dann lernt sie erstmal ihn kennen, hallo. Und das ist Samuel Parker. Sie wird mal mit ihm reden und sich vorstellen und sagen, hey, wer bist du denn? Dich kenne ich ja noch gar nicht, bist du neu in der Nachbarschaft und schön, dass du hier bist. Sie wird sagen, sie liebt das Wetter hier und ja, ist auf jeden Fall glücklich, mal jemanden in ihrem Alter kennenzulernen. Nein, das war auf jeden Fall, oder er ist auf jeden Fall jeden der Personen, die ich mir für Snow vorstellen könnte, aber auch diesen Gideon. Gideon ist in meinem Wohlbefinden oder in meinem Level von Verliebtsein, also nicht Verliebtsein, sondern, wie beschreibe ich das? Also ich stelle mir Gideon ihn besser vor an ihrer Seite als Samuel, aber wir haben schon mal mindestens eins schon mal kennengelernt. Das heißt, sie existieren wirklich und ihr könnt mir glauben, sie gibt es wirklich. Ich bin völlig aus dem Häuschen. Duschen, nee, du kannst mal eine kurze Dusche nehmen und dann kannst du mal frühstücken. Ich bin völlig aus dem Häuschen. Obstsalat wird sie essen und dann ist sie unser lieber kleiner Pongo und vielen, vielen Dank für die süßen Kommentare von euch. Ihr liebt Pongo. Ihr findet ihn genauso süß wie ich. Er passt auch, finde ich, sehr gut zur Disney Challenge, weil Pongo, ne, ist ja von 101, da ist Martina. Und ja, rauslassen, muss er auf Toilette, bitte das Geschäft erledigen. Aber kackt er denn uns denn hier in die Wohnung? Oh, wie feini. Warum duscht sie immer in diesen Schuhen? Ich verstehe es nicht, aber ist egal. Soll sie in diesen Schuhen duschen und auch so rumrennen. Und ja, sonst vielen, vielen Dank für eure lieben Kommentare. Ihr fandet die Bibliothek sehr gut und ihr habt mir auch gesagt, dass man über das Telefon adoptieren kann. Aber wo? Ich habe es probiert. Wundervoll angeln. So, also ich habe es jetzt nicht gefunden über das Telefon zu adoptieren, aber ist ja auch egal. Wir haben es so hinbekommen und wir haben den Laptop ja auch wieder verkauft. Also passt ist alles. Dann können wir ja mal hier die Frösche züchten. Frösche züchten mit dem Fröschen. Und hoffentlich kriegen wir... Oh, yes. Wir haben einen richtig guten Frosch bekommen. Und zwar einen für 160. Simoleon. Was bellt unser Pongo hier so? Pongo, Pongo. Oh, er ist süß. Er ist einfach so süß. Er ist einfach mega süß. So, sie fühlt sich immer noch unwohl. Im Blut getränkt. Ach stimmt, ich hatte ja... Wir müssen mal gucken, ob wir das im Briefkasten haben. Noch eigentlich ihr OBs geholt. Wo sind die? OBs? Wo seid ihr? Deswegen kann sie auch keinen Tampon und keine Binde benutzen. Okay. Ja, das werden wir noch rausfinden. So, Ruby! Sie bittet ihn, jetzt das Geschäft zu machen. Und jetzt scheißt sie uns hier bestimmt hin, oder? So, Snowy hat ihre... Ey, es ist so klar. Es ist in der Aufnahme und meine Nase juckt. Nein, Snowy hat ihre alltäglichen Sachen erledigt. Wir haben hier ein paar Sachen gefunden. Die werden wir verkaufen. Was haben wir hier für einen Frosch? Für 10 verkaufen. Und wir werden auch das Altmetall verkaufen. Dann wird sie sich ein bisschen um den lieben Pongo kümmern. Und ihn ein bisschen erziehen. Oh. Und mit ihm reden. Ach, süßi. Süßi, süßi, süßi. No. Unser lieber kleiner Pongo. Ich liebe ihn sehr. Ich bin froh, dass er in unser Leben eingetreten ist. Und dass wir ihn in unserem Haushalt mithaben. Und ich bin auch froh, dass wir wirklich endlich die Prinzen kennengelernt haben. Beziehungsweise einen davon. Ich würde sehr gerne noch, dass sie Gideon kennenlernt. Und Nair kennenlernt. Und dass wir dann schauen, wie sich das Ganze mit den Gan allen weiterentwickelt. So, was macht hier unser... Hab einen Freund oder eine Freundin. Zwei Verabredungen. Ja, hier können wir dann nochmal einsprühen. Weil wir haben hier Käfer. Wir wollen nicht, dass unser schönes Beet hier verrammelt wird. Beziehungsweise schlecht wird. Beziehungsweise verrottet. So rum. Ich kann heute auch schon wieder nicht reden. Es ist einfach ein Träumchen. Wer kommt hier? Ach, nennt sie Landgraf. Okay. So, ich bin gerade am überlegen, ob wir nochmal in die Bibliothek fahren. Kurz. Und uns... Oder können wir auch über den Briefkasten Sachen kaufen? Wir können auch über den Briefkasten Sachen kaufen, oder? Rechnungsinfo anzeigen. Nee. Post bekommen. Nee. Uni. Können wir nicht. Können wir über das Telefon Sachen einkaufen? Hebe ihn mal hoch. Und sein Kerl muss bestimmt auch mal auf Toilette, oder? Weil irgendwie ist er noch nicht so ganz auf Toilette. Pongo hier absetzen. Wir können ja mal mit Pongo rausgehen, ne? Na komm. Nimm Pongo mit. In der Zeit schaue ich mal, was ich eigentlich machen wollte. Ob wir einkaufen können. Haushalt. Eine Tierklinik kaufen. Feuerwehr. Geschenk kaufen. Ich glaube, sie durchsuchen. Restaurant kaufen. Nee, er hat ja Zunge. Er hat keine Lust rauszugehen. Weil dann bin ich echt am überlegen, ob wir nicht doch nochmal in die Bibliothek fahren. Huch. So, dass wir uns OBS kaufen können. Dütch. So, wir sind jetzt hier ganz kurz in die Stadtbibliothek nochmal gedüst. Denn, wo sind unsere OBS und unsere Binden? Wir haben sie eigentlich gekauft. So. Städtraum benutzen? Nee. Mehr Auswahl. Web-Nut-Kontakt-Bestellungen. Genau. Wir kaufen jetzt einmal Binden. Zweimal. Und eine Tampon-Box. So. Wir haben sie jetzt gekauft. Aber wo sind sie? Danke für die Bestellung. Die Wunderfolge, die werden in ihren Briefkasten geliefert. Okay. Wir hatten beim letzten... Ich hab's eigentlich auch beim letzten Mal gemacht, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Snowy, wo bist du? Ach, wo hast du denn den Laptop? Stand da hier draußen? Okay. Wir können ja mal chatten. Vielleicht finden wir jemanden. Sie kann mal ein bisschen chatten hier. Bestellungen, Witze schreiben, Kontakte knüpfen. Simstar chatten mit. Können wir mit jemanden chatten? Wir könnten rein theoretisch mit Samuel chatten, aber wir können auch neue Kontakte knüpfen. Vielleicht... Vielleicht ist ja Gideon dabei. Ihr müsst mir auf jeden Fall mal schreiben, wen ihr... Wen ihr wollt, dass sie ihn kennenlernt. Ob sie mehr auf Samuel oder mehr auf Gideon. Ich hoffe natürlich, dass wir Gideon noch ein bisschen mehr, wie ihr seht, es kommt nicht klar. Aber, ähm, dass, ob sie Gideon ist, der blonde Typ oder eben Samuel, der etwas, äh, der bräunlichere Typ. Wen sie sich da entscheiden soll oder wen sie näher kennenlernen soll oder ob sie beide näher kennenlernen sollen. Da brauche ich safe mal eure Hilfe, ähm, wen ihr an Snowys Seite mehr seht. Ich hoffe natürlich, dass wir, ähm, Gideon nochmal ein bisschen näher sehen können, beziehungsweise nochmals begegnen werden. So, dass ihr ihn auch denn nochmal seht. Mein Deutsch ist heute auch wieder das Beste vom Besten. Ich rede schon wieder eine gequirlte Scheiße. Aber ihr kennt es ja nicht anders von mir und in meinen Gameplays fehlt nur noch, dass sie hier alle naggisch sind. Nagi, nagi. So, was ist hier? Wer kommt hier an? Das ist nicht Gideon. Gut. Die Halbbrüder Samuel und Gideon. Claire ruft gerade an und sagt, in der Bar ist Single-Nacht. Lass uns rausgehen und neue Leute kennenlernen. Es schreit doch. Nach dem perfekten Abend. Es ist Wochenende. Snowy ist frustriert, weil sie ja gerne neue Leute kennenlernt. In Claire hat sie ja eine Freundin gefunden. Das ist schon mal gut und wer weiß, wen wir hier alles treffen. Und sie pinkelt sich gleich extrem in die Hosen. Du kannst gleich auf Toilette gehen. Claire, wissen wir ja, ist ihre Freundin geworden. Also eine bekannte Freundin, die ein sehr offentypiger, offenherziger Mensch ist. Sie haben sich ja, sag ich schon, letztes Mal beim Gewürzfestival getroffen. Und Claire meinte ja einfach, nackig draußen duschen zu müssen, mitten im Regen. So, wen haben wir denn hier alles Schönes? Haben wir erst mal eine Toilette, bevor es hier losgeht. Die Bar ist schon wieder ein Träumchen. Die Bar ist so schrecklich. Haben wir hier keine Toilette? Toilette? Ach doch, da. Vielleicht werde ich auch einfach jetzt mal ganz kurz in die Galerie gehen und eine neue Bar aussuchen, weil... Nee. Sorry. Das funktioniert so nicht. Bis gleich. So, ich glaube, ich bin zufrieden. Ich habe mich jetzt für dieses süße kleine Häuschen entschieden. Ich finde das ganz schnuggelig. Passt zu einer Bar, finde ich. Ist ganz cute. Gut, so, unbedingt muss Snowy jetzt dringend mal pinkeln, weil sie sich gleich in die Hose einpinkelt. Ich finde das ganz süß. Besser als das von EA. Wir haben ein paar Lampchen. Ein Pool haben wir dran. Den könnte man zur Not auch noch wegmachen. Und ja, und hier treffen sich so die jungen Erwachsenen, um ein bisschen Spaß zu haben in ihrem Leben. Finde ich großartig, großartig, großartig. Ich finde auch von innen drin schaut das mega nice aus. Schön gemütlich. Passt alles. Perfekt. Hier werden wir hoffentlich Spaß haben. Sie hat auch Hunger. Können wir hier auch Essen bestellen? Äh, Getränke, Essen bestellen. Sehr schön. Wir bestellen uns ein paar Fritten. Und, ja, ihre Hygiene ist ein Getränk bestellen. Getränk für Gruppe bestellen. Können wir hier mal einen Zuckerzunder kaufen. Beziehungsweise bestellen. Und hoffen mal, dass wir hier einen hübschen, lustigen, schönen Abend haben werden. Und eventuell schneit ja einer der Prinzen vorbei. Man weiß es nicht. Sie sind ja sehr schüchtern, wie wir ja mitbekommen haben. Von daher lassen wir uns einfach überraschen. So, du kannst auch ruhig was bestellen, Snowy. Das wäre... Nö, sie würde sich lieber auf den Rücken treiben lassen. Es ist okay. Sie geht hier einfach mitten am Abend um 22 Uhr. Sie ist unsere richtige Partybiene. Geht hier erstmal schön baden. Na ja, was soll sie machen? Sie ist ja eigentlich mit Claire hier unterwegs. Aber... Hm. Wen haben wir hier? Izumi? Muchibichi. Muchibichi. Wir können uns eigentlich auch mal mit denen unterhalten. Tratschen. Freundlich vorstellen. Ist dich ja ein bisschen am Flirken. Lörtet sie mit Izumi? Hm. Single Nacht in der Bar. Was müssen wir denn hier machen? Oh ne. Abbrechen. Sorry. Wow. Prau, prau. So. Sind hier neue Gesichter gespawnt? Wer seid ihr hier alle? Ihr könnt auch alle reinkommen. Ihr müsst nicht als da drinnen draußen stehen. Weil es ist ein bisschen leer hier, oder? So. Unsere Kellnerin ist auch wieder da. Können wir jetzt Essen bestellen bitte? Fritten. Und... Getränk bestellen. Für die Gruppe. Ein Zuckerzunder. Dankeschön. Ist sie Klairs Schwester? So. Snowy bestellt jetzt hier ihre Fritten und ihr Getränk. Endlich. Wer bist du? Barrett. Auf dem Weg zum Ruhm. So, nimmst du jetzt auch ein Gericht hier? Ein Gericht nehmen bitte. Oh, Snowy. Was ist denn los? Sehr schön. Was ist denn mit unserer Snowy? Oh, was ist das hier für... Hier ist auf jeden Fall eine sehr multi-kulturelle Bar. Finde ich großartig. Jeder ist hier willkommen. Sie scheinen ja auch alle sehr nett zu sein. Hier werden wir, denke ich, mit Claire öfters hingehen. Snowy sitzt hier und isst ihre Pommes. Kann sich mal ein bisschen mit Claire unterhalten. Lieber Lieblingsband drehen. Yes, sehr gut. Aber wieder keine Prinzen hier im Anmarsch. Irgendwie lernt Snowy hier nur die gleichen Leute kennen und sieht auch nur die gleichen Leute. Aber das ist bis jetzt hoffentlich noch nicht so schlimm. Wie gesagt, wir dürfen nicht im Hinterkopf vergessen, dass wir eigentlich sieben Kinder bekommen sollen. Sieben. Wenn es so weitergeht, wird sie die als Seniorin bekommen. Dann müssen wir einen Mod installieren, dass sie als Seniorin wahrscheinlich denn Siebenlinge bekommt. Aber, naja, was soll's. Oh, wir sind wieder zu Hause angekommen. Snowy ist müde. Nein, du kannst vorher bitte nochmal mit Pongo ein bisschen streicheln, reden und ihn ein bisschen liebhaben. Umarmen. Und dann kannst du ins Bett gehen. Noch mal ein Leckerli geben und dann kannst du schlafen gehen, denn wir dürfen nicht unsere Tiere vernachlässigen, denn Tiere sind sowas Wundervolles und sowas Wunderschönes und unser Pongo ist einfach der süßeste von allen. Der süßeste von allen. Nachdem schon unsere zweibeinigen Prinzen nicht mehr kommen, muss sie sich eben um die Vierbeinigen kümmern. So, es ist 5 Uhr morgens. Snowy ist gerade wach geworden, weil ihre Hygiene sowas von am Arsch ist und sie unbedingt duschen muss und sonst mega unhappy ist. Aber ich glaube, wir haben neue Sachen hier bekommen, genau. Wir waren ja an der Bibliothek dort nochmal und haben ein paar Sachen gefunden, ein paar Fröschis werden sie alle verkaufen. Sehr gut. Yes. Denn mein Plan ist ja, dass wir demnächst schon ein bisschen unser Haus umbauen, so dass wir uns das ein bisschen gemütlicher machen, weil wir kennen alle die Häuser von EA. Sie sind die hässlichsten, die es überhaupt gibt. Und immerhin haben wir einen Prinz getroffen. Das ist schon mal gut. Vielleicht sollten wir ihn mal demnächst anrufen, aber haben die schon Handynummern ausgetauscht? Das ist auch so ein bisschen unlogisch, oder? Ich meine, die haben nur einmal ganz kurz gequatscht und dann ist er ja weggespawnt. Und ich war so glücklich, dass sie da waren. Und ich weiß auch gar nicht, warum sie überhaupt da waren. Ich habe das Spiel angemacht und auf einmal waren sie da gewesen. Und ja, ist das alles nicht so einfach. Hätte mir das einer gesagt, dass es so lange dauert, hier mal einen Prinzen zu finden. Mein Gott. Ich habe ja schon gesagt, ich glaube, wir müssen den Prinzen in unser Haus reinsetzen, damit sie ein bisschen mit ihm kommuniziert. Aber sie wird ja als auch jetzt nicht so schnell die Handynummer ausgetauscht haben, oder? Und ihr müsst mir auch unbedingt sagen, wen sollen wir versuchen näher kennenzulernen? Dem Blondie oder dem Brownie? Blondie oder Brownie? Einer von beiden wird der zukünftige Prinz auf Our Snow White und wird ein siebenfacher Vater. Ja, ich weiß, aber irgendwie kommen deine OBs nicht an. Und sie ist mega aggressiv. Die Post kommt einfach nicht. Snow, ich würde dir sehr gerne ein OB geben. Aber kannst du nicht ein paar Blätter von draußen benutzen? Das war ein Spaß. Aber was soll ich denn machen? Ach so, wie süß. So, wann haben wir eigentlich Geburtstag? Steht es hier schon fest? Haben wir überhaupt Geburtstag? Nee, irgendwie nicht. Warum haben wir keinen Geburtstag? Hä? Auf jeden Fall ist es heute brüllend heiß draußen. Und Snowy ist richtig frustriert. Aber richtig frustriert. Sie ist so wütend. Oha! Sie zündet noch irgendwas an. Snowy ist wirklich leicht aggressiv. Habe ich das alles? Das muss ich jetzt mal gucken. Verbotene Wörter brüllen. Okay, siehst du richtig aggressiv. Was machst du da? Hast du eingepiepiet? Nee, du willst raus, ne? Rauslassen. Ja, du musst jetzt mal ganz kurz dein Essen unterlassen. Du musst dich mal um dein Tier kümmern. Kümmer dich um Pongo. So, ich gucke immer. Nicht wundern, warum ich immer wieder rauscrolle. Ich habe Hoffnung, dass unsere Typis irgendwann nochmal hier draußen stehen. Hier kann ja die Türen nicht öffnen, ne? Stimmt. Deswegen funktioniert das nicht. Okay. Dann müssen wir ihn hochheben. Und dann hier hingehen mit Pongo. Kann sie ihn hochheben, wenn sie isst? So, nehmen wir mal mit. Genau. Liebe Snowy. Sehr schön. Kümmere dich ein bisschen um deinen Doggy. So. Leckerli geben. Hütt dran. Bitten, Geschäft zu erledigen. Baden. Wir können hier sogar baden. Wie süß. Hör, Misch. Freundlich. Loben. Kennenlernen. Umarmen. Hat er jetzt gesch... Oh, wie süß. Er macht wirklich sein Geschäft. Yes, loben. Wie schön er das gemacht hat. Süß. Süßi. Reden. Hier, sie wird sich ja natürlich... Soll Pongo ja lange bei uns bleiben. Kennenlernen. Und ihr geht es immer noch so schlecht. Wann kommt denn als die Post? Es tut mir leid, Snowy. Ich würde dir gerne alles geben, was wir bestellt haben. Aber ich weiß nicht, ob die Post nur einmal in der Woche kommt. Ich habe keine Ahnung. Und sie geht hier richtig ab. Beim Angeln. Claire ruft wieder an. Hey, du hast einen ziemlich guten Geschmack. Hast du Lust, mit mir auf dem Flohmarkt nach einer schönen Deko für meine Wohnung zu suchen? Okay, bring ein paar Freunde mit. Ja, wir haben ja... Ich weiß nicht, ob es... Okay, wir können ihn einfach fragen, ob er mitkommt. Dann lernt sie ihn jetzt kennen. Snowy hat jetzt Samuel mitgebracht. Da ist er auch schon. Und Claire ist auch mit am Start. Und ja, sie lernt ihn jetzt erstmal ein bisschen... Ein bisschen, bisschen, bisschen mehr kennen. Weil sie haben sich ja in der Nachbarschaft ja kennengelernt. Das wisst ihr. Endlich. Und hier sind sie alle beim Flohmarkt. Und vielleicht finden wir sogar noch was Schönes für die Wohnung. Wer weiß, wer weiß. Hallo, schön, dass du da bist. Das ist Samuel. Den habe ich kennengelernt in meiner Nachbarschaft. Und Samuel hat keine Lust, mit uns zu reden. Aber das ist okay. Er wird sich mit ihm dort hinten unterhalten. So, und wir können ja mal gucken, was wir hier Schönes finden auf dem Flohmarkt. Vielleicht finden wir ja was Tolles. Eine Couch, ein Sessel. Naja, so pralle Sachen sind jetzt hier nicht dabei, oder? Ne. Schade. Ich dachte, hier wären jetzt ein paar schönere Sachen, die wir kaufen könnten. Aber schaut nicht so aus. Aber ist ja auch nicht schlimm. Wir gucken einfach... Guck mal, hier. Ein Mährmann, wie süß. Samuel Parker zeigt Anzeichen der Persönlichkeit heldenhaft. Sprich über Themen, die sich mit der Persönlichkeitsart heldenhaft befassen, um einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Heldenhafte Sims sind begeistert darauf, den Mut zu zeigen, ihren Wert und ihr Selbstvertrauen zu beweisen. In der Folge könnten sie arrogant wirken, indem sie nach Fehlern anderer suchen, um sich gut zu fühlen oder Kämpfe anzuzetteln. Okay. Sounds not so good. Aber... Okay, er macht hier jetzt erstmal Sport. über brennende Hitze unterhalten. Es ist wirklich ein sehr heißer Sommer hier. Aber sie wird ihn jetzt erkennen lernen und bedankt sich bei ihm, dass er mitgekommen ist, dass sie trotz dieser flüchtigen Begegnung bereit war, diesen Sonntagvormittag mit ihr und Claire zu verbringen. Und ja, ihm scheint es jetzt auch gar nicht so zu stören. Er findet es nett. Er sagt so, hey, cool, dass du an mich gedacht hast. Schön, wir sind ja in einer Nachbarschaft. Schön, dich kennenzulernen. Sie wird jetzt ihre Geschichte erzählen. Eine lustige Geschichte erzählen, dass sie nach so so, hey, ich dachte, ich lerne nie jemanden in meinem Alter hier kennen. Ich bin neu hierher gezogen. Und ja, Claire geht hier alleine ab und spielt Basketball. Aber ich bin schon mal froh, dass Snowy ein bisschen... Oh, 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 oh. Aber ich weiß nicht, ob sie beide so auf einer Wellenlänge sind. Ich meine, sie beschwert sich mehr bei ihm als alles andere. Klar, ihr geht es im Moment auch nicht so gut, weil sie immer noch nicht ihre Tampons und ihre OBS bekommen hat. Und ich weiß einfach nicht, warum das so ist. Vielleicht könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich meine, wir haben es bestellt und sie kommen einfach nicht an. Und ja, wer sieht... Lara Croft ist auch am Start hier. So, jetzt unterhalten sie sich hier zu dritt. Sie sind aber alle ziemlich gelangweilt, okay. Er ist auch müde. Claire versucht sie auch ein bisschen aufzumuntern, sagt so, hey. Wir wissen, alles ist im Moment nicht so einfach. Du bist alleine, du bist auch noch müde. Schlaflose Nächte wegen deinem neuen süßen Hund. Aber hey, wir sind für dich da, wenn irgendwas ist und melde dich bloß bei uns. Ich dachte, es wäre eine willkommene Abwechslung hier zu sein. War es ja auch. Sie sagt so, hey, es tut mir leid, so sollte das gar nicht rüberkommen. Sie scheint auch Bauchschmerzen zu haben, weil sie ihre Periode hat. Ich denke, heute ist einfach nicht Snowys Tag. Sie wird auch nichts kaufen. Sie wird sich jetzt verabschieden und wird sagen, hey, es tut mir leid. Ich werde jetzt nach Hause gehen, denn mir geht es einfach nicht so gut. Und Claire und Samuel sind auch reingehauen. Zu Hause angekommen wird Snowy jetzt auf jeden Fall sich erst mal hinlegen, auf Toilette gehen. Genau. Ist mittlerweile unsere Post angekommen? Irgendwann ist ja der Kasten hier nach oben, ne? Ich habe keine Ahnung. Aber sie wird jetzt erst mal auf Klo gehen. Verruchbarkeitstest machen. Wir werden noch nicht mal ein Tächtel, Mächtel und ein Kraftnickerchen machen. Denn Snowy ist relativ am Ende. Ich glaube, dass ihre Periode nimmt sie mehr mit, als sie selber gedacht hätte. Und ja, findet sie natürlich nicht so schön. Wir persönlich auch nicht, weil das ganz schön auf ihr Moodlet schlägt. Wie sieht es mit dem Essen aus vom Pongo? Sehr gut. Haben wir hier alles verkauft heute? Ne, das müssen wir auch noch machen. Aber sie ist beschämt. Unbehaglicher Kommentar. Warum und oh, warum nur hat Snow das gesagt? Oho. Was hast du gemacht, Snowy? Snowy, warst du frech? So, Snowy stinkt schon wieder wie zur Hölle. Ich habe sie jetzt eben gerade nochmal ihre ganzen Aufgaben erledigen lassen. Sie kann dann nochmal duschen gehen. Und schauen wir mal, was sie alles mitgebracht hat. Von ihrem Rundgang. Wir haben wieder einen Blattfrosch gefunden. Eine Zeitkapsel haben wir gefunden. Und ein Fossil. Ihr geht es auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Sie ist jetzt benommen. Erholungsschlaf. Sie braucht einen Schlaf. Ich finde die Gefühle, etwas fühlt sich nicht ganz angenehm an. Das könnte ein Nebeneffekt aus Snowys Monatszyklus sein. Sie kann diesen Schwindel erregendes Gefühl, bei dem sich die Erde unkontrolliert dreht, einfach nicht loswerden. Okay. Also die Periode setzt ihr wirklich mehr als zu. Aber ich würde sagen, ich beende auch diesen Part an dieser Stelle. Immerhin haben wir ihn schon mal ein bisschen näher kennengelernt und den einen ganz kurz gesehen. Ich hoffe, wir sehen Gideon, so heißt er, nochmal wieder. Samuel hat sie ja bereits kennengelernt, aber da weiß ich persönlich nicht, ob ich jetzt so die Vibes verspüre, die ich eigentlich verspüren würde wollen zwischen den beiden. Ich glaube, es könnte ein häuptlicherer Start werden, aber wir lassen uns einfach überraschen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann verpasst keine weitere Folge und abonniert meinen Kanal. Das wäre super schön, ist aber kein Zwang. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Part wieder, wenn es heißt, wird Snowy ihren Prinzen finden, ja oder nein? Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Kuss geht raus an euch, euer Chris von Sims Arrow.